Hallo, leidenschaftliche Borussia Mönchengladbach-Fans! Hier sind wir wieder, um euch die neuesten Nachrichten über unseren geliebten Verein zu bringen. Heute ist ein besonderer Tag, denn wir hatten die Eröffnung der Saison im Borussia-Park, auch wenn es stark geregnet hat, konnte unsere Leidenschaft für das Team nicht erschüttert werden. Aber das ist noch nicht alles, wir haben auch wichtige Informationen direkt von unserem Manager, Roland Wirkus. Er hat angedeutet, dass es diesen Sommer möglicherweise weitere Transfer für unsere Borussia geben wird. Laut Wirkus haben sie ein Auge auf verfügbare Optionen, um unser Team noch weiter zu verbessern. Wir wissen, dass finanzielle Fragen auch berücksichtigt werden müssen, aber wenn sich eine Möglichkeit bietet, die Mannschaft zu stärken, werden sie nicht zweimal darüber nachdenken. Die Spekulationen deuten darauf hin, dass der Fokus auf unserer Offensive liegt. Es besteht eine große Chance, einen weiteren Stürmer für den Niederrhein zu gewinnen und damit unsere Angriffsstärke noch weiter zu verstärken. Diese Nachricht ist aufregend, und wir Fans wissen, wie engagiert die Vereinsführung daran arbeitet, Erfolg für Borussia Mönchengladbach zu suchen. Nun möchten wir eure Meinung hören, die wahre Stimme unserer Fans. Was haltet ihr von dieser Möglichkeit weiterer Verstärkungen? Welche Positionen denkt ihr, müssen wir weiter stärken? Teilt eure Erwartungen und Kommentare in den Kommentaren. Und vergesst nicht, euch auf unserem Kanal anzumelden und die Benachrichtigungen zu aktivieren, um immer auf dem Laufenden über Borussia Mönchengladbach zu bleiben. Lasst uns gemeinsam das Team in jedem Spiel unterstützen und nach großen Siegen und Erfolgen streben.